Willkommen zurück zu Staradio Valley, ich bin euer Fierobo und es regnet, oh Okay, gut, dann regnet es halt Äh, dann legen wir das mal weg, das mal weg, das mal weg und Die tun wir hier wieder hin, so brauchen wir noch den... Melker, ich stehe jetzt einfach mal den Melker Das klingt viel cooler, also Hühner haben gar nichts gegessen, hä? Wir haben immer nur zwei kleine Eier Komisch Ich verstehe diese Hühner nicht Die Kur hat auch nichts gegessen heute, okay Ja, merkt die Luft, genau Find ich, super So, gut Ja gut, dann können wir unser Feld mal ein bisschen aufräumen, würde ich sagen So, das kommt weg, dann nehmen wir den nochmal mit Sprenkler könnten wir mitnehmen Können wir das nämlich auch schon mal anfangen zu Ort sortieren So, hier ein Ei rein, da die Milch rein So, dann hier So, zack, okay, der bringt ja nichts mehr Also wird der hier leider Ups Check mit dir raus Bei dem weiß ich nicht, ob der mir noch was bringen wird oder nicht Das kann ich leider nicht beantworten Bei dem weiß ich aber das hier Ist auf jeden Fall schon mal Futschi Kato, so Kann ich den eigentlich auch mitnehmen Den hier auch So, den auch Die Fackel kann ich eigentlich alle mitnehmen Ich brauche nachts kein beleuchtetes Feld Jetzt habe ich nicht vor nachts noch was zu machen So, zack, zack, zack Was lässt du diese scheiß Fackel hauen Vor allem werde ich jetzt eh Laternen bauen Von daher passt er da eigentlich So So, gut Dann nehmen wir uns den mal jetzt an So, und dann kommt hier in die Mitte ein Quality Okay Kommt hier einer hin Dann kommt nämlich hier, da und da Da hinzu und dann kommt hier noch eine Reihe hin So Kann hier einer hin So, kann hier einer hin Da einer hin Da einer hin Ich glaube ich nicht wirklich, dass das was bringt jetzt hier Schon mal hinzu Arbeiten, aber egal Hier machen sie einfach mal Vielleicht bringt sie doch was Ich werde es sehen Ich glaube irgendwas ist fertig geworden, kann das sein Vielleicht ist unser Wein fertig geworden Das wäre cool So So Tür einer hin Tür einer hin Tür einer hin Tür kommt einer hin So Ich habe immer noch kein Klebe bekommen, das fällt mir sogar da hin So Dann wäre der hier hin Na egal, passt schon so Äh, ich brauche nur eine Vogelscheuche Ich stelle dann einfach mal Dann würde ich die Rechner mit Hine hinstellen Dann stellen wir die andere einfach Hier so hin Das würde doch glaube ich reichen, oder? Denke ich mal Ich denke einfach mal Gut, so dann Fange ich einfach hier an, oder? Ein Feld, egal Ein Feldverlust Ist nicht schlimm So So Zwei Zwei So Das wird sich auch nicht lohnen So Zwei da Zwei da Zwei da Und Hier runter wird er sich auch nicht lohnen Mensch man will sich das hier lohnen Kann ich den weghauen So Krass Wie viel man schon so Typsolle schafft hier So So Stimmt, ich könnte aber hier dann zum Beispiel so einen Vier einplatzieren Theoretisch Äh So Praktisch Ups So praktisch habe ich das so So Kann ich praktisch hier hin Den da hinsetzen Zwei runter Da hinsetzen Jetzt kann sich immer noch kein Clay gefunden haben Ne? Kein Stück So gut, dann haben wir das auch alles versorgt Dann habe ich jetzt noch die drei kleinen hier Aber die kann man später machen So Ich hoffe, ob die Pflanze überlebt Ich weiß es nicht So So Dann habe ich jetzt noch hier einen Die sollten eigentlich reichen, glaube ich, oder? Ich weiß es nicht genau So Ich hoffe einfach mal, dass die reichen So Ähm So Und da rein Das ist da rein Das ist da rein Das ist da rein Ne Der kommt hier rein Jetzt sind die anderen einfach so, zack So So Zack Jetzt war die falsche Truhe Wir sind hier ran Zack und zack Die können wir auch noch hier reinschmeißen So Die vorhause Dingsstums Da würde ich gerne weg haben Und die 10.000 heb ich einfach auf mir, um Sachen zu kaufen Ressourcen So Können wir Abigail was schenken? Ja, wir können Abigail was schenken Oh, wir haben Farming fast ausgebaut Komplett Äh So Ein nochmal Test für mich Beziehungsweise nicht für mich, sondern für Abigail So Dann reisen wir einfach in die Stadt Oh, wir haben schon 3 Uhr Ah, Mittags WTF Die Zeit ist so richtig schnell vorgegangen Das habe ich jetzt gar nicht erwartet, dass die Zeit so schnell rum ist Muss ich ganz ehrlich gestehen So Schade nix dran Na Ich krieg meine Gießkanne wieder Nice Aber das stimmt, ich könnte eigentlich stört schon mal meine Hake zu verbessern machen Kianid Okay Sagt mir gerade auch nix Können wir mal schauen Können wir mal schauen Können wir den hier rein kriegen Bei unserem guten Günther Ne Hat er anscheinend schon Oder er will es nicht ab Ich weiß es nicht Gut, äh Suchen wir Abigail Ne, ich würde aber gerne Dann eben schnell noch was anderes zu dem bringen Können wir den hier Können wir den hier Können wir nämlich auch upgraden Weil schon eine Gießkanne upgraden gehabt haben jetzt für Weil das kann man es nämlich auch leisten Das ist dann egal Na das ist wahrscheinlich ein Mineral Genau, Mineral kommen wir hier rein Zack Gut So, ähm Dann nehmen wir ein bisschen Eins, zwei, drei, vier, fünf Kupfer mit So, dann nehmen wir die noch mit Für morgen Können wir theoretisch einfach schlafen gehen Gleich Theoretisch, praktisch Wenn wir sehen Hallo Bus So, und wir gehen in die Stadt Was? Ah, der will mich doch verarschen Der will mich ernsthaft verarschen Glaub ich doch nicht Dass der jetzt wirklich schon geschlossen hat Mann So ein Arschloch Ah, wir können jetzt mal hier runter gehen Mit dem Typen reden Vielleicht sagt der uns jetzt Wir sind bereit oder so Wir haben schließlich jetzt ein Kristallschlüssel Äh, Kristallschlüssel Knochenschlüssel Oder ein Skelettschlüssel Den man jetzt ausdrücken will So, hier können wir eine Menge Sachen finden Die wir verkaufen können Das ist auch schön So Das war's aber scheinbar auch Hallo Fremder Äh, Red Butter Und äh Okay, wir sind immer noch Spreit für dieses Amalekt Wie es scheint Wir haben jetzt schon gemacht 116.000 Habe ich schon verdient Wow Das ist echt eine Menge Die sind hier am Strandwürmer Habe ich jetzt gar nicht drauf geachtet Wenn ich ehrlich bin Sebastian ist auch hier Sebastian ist auch hier Ah ja, der wollte sich mit meinen Abigail schnappen Aber ich war schneller Ich war flinker Und habe gewonnen Und Kinder nein Liebe ist kein Kinder äh Ist kein Wettstreit So Ich kann ja mal hier reingehen Hallo Er hat wieder Salat Uh 100 Energie Plus Fishing Wow Da brauche ich alles nicht Okay, also sagt er 4 Euro Machst du eine kleine Pause Und dann fragt er so hoffentlich Äh Er übergibt sich Beziehungsweise Er überflutet Der Fluss nicht die Stadt So haben wir noch was Pierre Pierre will was haben Und zwar will Ein Salmon Okay Ist das ein Salmon Pierre Ich weiß es nicht So, ich weiß nur Dass ich morgen ganz viele Sachen kaufen muss Bei dir So Jetzt ist wahrscheinlich unten Die Baby gay Wir finden natürlich wieder keinen Müll Was ich extrem schade finde Denn ich finde gerne Müll Was ich noch gerne jetzt finden würde wäre Abigail Aber die scheint irgendwie nirgendwo zu sein Hm Na gut egal Könnte ich während des Regens Keine Würmer sehen kann Vielleicht habe ich jetzt noch keinen einzigen gesehen Das ist schon wow Das ist schon wow So gut Dann gehen wir jetzt hier ran So Tun Die weg Die brauch ich morgen erstmal nicht So Kupfer Ja Ja Jetzt brauche ich ja die Wasserkanne und so Und das kann ich weg tun So Zack Und Pam 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 So Haben wir das schon mal weg Ah ne ich wollte die Majo weg tun Ups Entschuldigung So wir bringen die Majo weg Dann würde ich sagen Mal wenden wir den Tag Und seine Katze spielt schon So So War es heute noch eine kürzere Folge Aber wir sehen uns dafür in der nächsten Folge wieder Haut da rein Ciao, ciao Ciao Ciao